Und den Herr Mayer ist für die Magen. An der Wende haben wir wieder zusammengekommen. An der Krise steht den Aufschluss mit den Schlafländern. Und wenn wir vorher noch sind, werden wir wieder zurückgekommen. Und das ist unser Benetitor aus dem Jahre 2006. Er wurde durch den Jahren der Kanzler aus Freilichen geflüchtet. Es wurde mal aus dem Haus statuiert. Und er wurde aus dem Bild von der Kines. Er ist in der Nachhinein des Elitier Hengis-Hobensberg. Er ist aus der Staatsanwälte und Weiß-Geschichte Jona. Er ist in der Nachhinein des Elitier Hengis-Retter aus dem Stubenstamm. Der kann ich von euch überhören. Er hat den Jahr 2009 bei seiner Sexreise zu früh. Und den gesamten Elitier Hengis-Hobensberg wurde an. Er hat den Kanzler mit vielen, vielen positiven Eigenschaft. Er ist bei uns im Alltag mit vielen Aufdrücken. Kanzler mit den Kanzlern, den Rest, die Wettbewerb, die Wettbewerb gefahren, einige Einstellungen, den Mehrstellen, andere so möglich. So viel sein Teil ist war. Und das Zweite ist, dass er in den ganz positiven Eigenschaft auch in seinen Nachhinein zu hochweicht. Er hat auch als viele geführte Söhne und sieben, vier Töcher. Die sind natürlich auch bei seiner Werbungssicherheit. und dass es echt so viel sei, dass wir mittlerweile 100% nachkommen, dass wir so viele unterschiedliche Leistungen gemacht haben. Das ist für uns eine andere Sache, dass wir heute die Herren aus der wahren Gute dürfen. Denn der Wettbewerb bekommt heute ein ganz besonderes für die Katholien. Und dabei würde ich gerne an den Weg übergeben, dass man so viele Institutionen beitragen kann. So, ganz schön, auch von meiner Seite. Ich danke Ihnen, dass wir heute hier sein wollen. So, ich glaube, es ist ein letztes Ende dieser Wichsensvorstellung. Heute kommt das Semio runter, mit einer ganz besonderen, großen Zeitigen, Ehren und Hürzen. Unsere Schammerin-Ombatorin hat bereits den Züchterladen mit Juliana San Sanio, eine große Partnerin der Landwirtschaft, auch schon vor 20 Jahren. der Karte hat, das ist ja keine Kompetenz, sondern auch der Kinnikusklinik, zum ökologischen Anbau. Und er hat sich auch unter der Anleitung dieser Masse geschrieben. Letztes, der ist auch hier, das ist auch der Wiesow. Hier war er mit einem männischen Tag, das ist auch ein Prennagstil. Und jetzt hat er zu sagen, und er hat auch vielen großen Schammer-Ombatorinnen gezeigt, dass auch die Schwarzwälder reisen können, nämlich in der Vorarbeitung nach dem Südl. Und dieser, der Wiesow-Schammer hat auch so gezogen, dass auch San Sanio vor den dritten Jahren verstorben ist. Und als nächstes ein Jahr, wo sie schon auf dem Haar an das Hause San Sanio, und ich will hier San Sanio an den Herren, und dann wünsche ich ihn, ich sage jetzt sagen noch, Palamette der Bayer, er ist aber auch der Wörter gewesen, auch gut Herr Hansberg, im Detail, dass auch Herr San Sanio verstorben ist. Und deswegen möchte ich mich jetzt ganz besonders, dass der Bayer hier, der ja die Schwarzwälder, auch gut Herr Hansberg, in Deutschland, hier zu diesem Leben auch gekommen, das Ganze zu gehen. Ja, die Moderatoren haben schon angesprochen, die höchste Auszeichnung, die ein Schwarzwälderrecht für uns drehen kann, ist der Zweifel, dass er nicht hängst, ist dazu, muss die Nachzug für durchsteckend sein, und sinnig nachholen, müssen die Gesetzesverhandlungen sein, entweder begehörte Leistungsbegriffe sind oder Staatspräge bekommen haben. Ich denke, die Leistungsinformation schon wird gegeben, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt heute mit den Titeln die Gäste auszeichnen dürfen, Herr Appert, die Schärfe annehmen, mit der Gäste aufzustellen. Herr Father, Vorstandsvertreter, für den Kaltbücher, für den Kaltbücher, für den Kaltbücher zu verantworten. Und die Vorsitzende der Schwarzbücher, die auch hier angereist ist. Trotzdem herzlichen Glückwunsch der Tüchterfamilie, der Hebron, Sankt Spano, an das Hauptgemeinbeschüttel, in Wama und an den Herrn Mayer-Welt, für den Kaltbücher, für den Kaltbücher, für den Kaltbücher, und der Tüchterfamilie verleiht jetzt an den Herrn Mayer-Welt, für die Familie Sankt Spano, die größte Auszeichnung, die deutschlandische Vereinigung, die im fischendischen Bereich hervorgesehen hat, und der Heilige Pflege mit Gold, herzlichen Glückwunsch, Narazzo und Katholiner Hebron. Applaus 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 Toller Hebron, unser Senior, der sich noch ein bisschen frisch hier präsentiert, wünsche ich Ihnen natürlich, dass er noch weiter gute Nachholen produzieren und seine typisch generelle und sein gutes Interieur weitergehen kann. Viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Applaus 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 Vielen Dank.